Hallo bei Reiter & Schweiger. Digitales Marketing. Die letzten zwei Jahre haben uns einiges gelehrt. Klassische Vertriebswege funktionieren nicht mehr so wie früher. Wir müssen Marketing und Vertrieb ein Stück weit neu denken. Wo stehe ich mit meinem Unternehmen? Wie sichtbar bin ich in dieser digitalen Welt? Typische Dinge wie Kaltakquise, Außendienst, Messen und Co. finden nicht mehr so statt, wie wir das kannten. Also müssen wir uns heute über verschiedene Dinge viel, viel mehr Gedanken machen als Vertriebsverantwortliche, wie wir die neuen Kanäle nutzen können. Aus diesem ganzen Thema, aus über 30 Jahren Erfahrung bei Reiter & Schweiger zum Thema Kommunikation, hat sich die letzten Jahre ein Tool herauskristallisiert, eine Betrachtung, eine Methodik. Diese nennt sich LIDIA. LIDIA ist für sie die Unterstützung in einer Betrachtung von außen, wie man letztendlich ihr Unternehmen in der digitalen Welt im Jahr 2022 und künftig noch sichtbarer macht und sie in eine Unternehmenssituation bekommt, um Vertrieb zu skalieren. Wenn wir uns strategisch mit ihrem Unternehmen von außen beschäftigen, dann schauen wir über ein Analyse Tool erst einmal, wie sichtbar sind sie denn? Wie werden sie denn von Google belohnt oder vielleicht auch bestraft? Wie ist das Ranking zu den Leistungen, zu den Produkten, die sie anbieten? All diese Dinge führen dazu, dass wir in einem Workshop eine wunderbare Ausgangssituation haben, um natürlich auch ihr Wettbewerbsumfeld anzuschauen. Das tut manches Mal ein bisschen weh, ich bin ganz ehrlich, ja, aber es ist schon mal sehr lohnenswert zu sehen, wo stehen andere Unternehmen in der heutigen digitalen Welt. Auch das Thema Recruiting spielt hier im Marktumfeld eine ganz, ganz wichtige Rolle, denn auch das kann heute wunderbar funktionieren. Die Firmenwebsite. Wir sprechen hier vom Web 1.0. Damit Ihre Website nicht an der Zielgruppe vorbei geht, sondern matcht, das heißt Antwort gibt auf Fragen, die Suchende draußen in der großen, weiten Welt zu ihren Themen haben, brauchen wir nicht nur die Analyse, sondern wir brauchen eine Website, die das auch kann. Ich erlebe immer wieder Websites, die auf den ersten Blick toll ausschauen und ich sage dann, Mensch, die Website sieht gut aus, aber schade, sie kann nicht das, was sie tun könnte, sollte und vor allem müsste. Dazu braucht es eine gute Technik, es braucht entsprechenden Inhalt, es braucht einen cleveren Aufbau und es muss natürlich mit Google auch gut sich verstehen. Dieses ganze Thema ist heute im Web 1.0 wichtig zu berücksichtigen. Die nächste große Frage, wo treffe ich denn nun mal meine Kunden? Das Interessante ist, dass über 26 Millionen Menschen sich täglich mehrere Stunden in sogenannten Social Media Kanälen aufhalten. Da sind Sie bestimmt auch mit dabei. Ob das Facebook ist, ob das YouTube ist, ob das in Google ist, ob das LinkedIn in Xing oder ähnliches ist. Wir haben eine bunte Auswahl an unterschiedlichsten Kanälen mit allerdings auch unterschiedlichen Zielgruppenschwerpunkten. Das heißt, wenn wir unser Unternehmen dort sichtbar machen müssen, nicht wollen, müssen, dann müssen wir auch tatsächlich uns mit diesen Kanälen auseinandersetzen. Das tun wir mit Ihnen direkt eins zu eins sehr, sehr intensiv, um dann einen digitalen Vertrieb aufzubauen. Das heißt, keine Atomwissenschaft, einen ganz klaren Business Funnel, einen Lead Funnel, der die Aufmerksamkeit auf Ihr Thema, auf Sie als Person genau dort schafft, wo sich Ihre Zielgruppen auch aufhalten. Lydia kennt Ihre Kunden schon. In der Lydia-Methodik beschäftigen wir uns mit Ihnen sehr intensiv zum Thema LinkedIn. LinkedIn mit rund 17 Millionen aktiven Nutzern im Dachraum hat auch die Zielgruppe, die für Sie interessant ist, in petto. Natürlich. Und diese dort aufzubauen, also eine Community für Sie aufzubauen, dort die Aufmerksamkeit für Sie, für Ihr Unternehmen, Ihre Leistungen und Ihre Expertise als Experte aufzubauen, das ist heute die Aufgabe. Und das schaffen wir mit der Lydia-Methodik, die neben einem Storytelling, also alles das, was Sie besonders gut können, eine wertvolle Redaktion aus der Agentur Ihnen Unterstützung gibt und Ihnen entsprechenden Content liefert, um dort, dort, wo die Zielgruppe ist, sichtbar zu werden. Video Marketing. Das, was wir jetzt gerade hier tun, diese Interaktion in Anführungszeichen mit hochwertigen Clips, diese sind viral wesentlich wertvoller, als wenn wir hier nur großartige Artikel schreiben, wo dann, naja, ermüdend ist, dann tatsächlich bis zum letzten Wort diese zu lesen. Am Ende des Tages ist es wichtig, eins zu eins auf Augenhöhe mit dem Entscheider zu kommen, eine hohe Relevanz letztendlich für die eigene Person und für das Tun zu erreichen. Und das schaffen wir heute mit vielen, vielen Inhalten, die wir über die Lydia-Methodik entsprechend ausspielen, auch technisch unterstützt, sodass Sie sehr einfach in ein Vertriebs- und in ein Unternehmenswachstum kommen, in eine Skalierung Ihres Vertriebes, sodass Sie sich tatsächlich nur noch um die wichtigen Dinge kümmern, um die Menschen, die mit Ihnen zusammenarbeiten wollen. Wenn wir schon zu diesem Thema im Gespräch waren, dann freue ich mich auf den nächsten Schritt. Wenn wir noch nicht zu diesem Thema im Gespräch waren, dann sollten wir zügig über Ihren Vertrieb sprechen und über Ihre Möglichkeiten, wie Lydia Sie nach vorne bringt, um Ihr Unternehmen in ein wunderbares Unternehmenswachstum zu bringen. Schreiben Sie mir, rufen Sie uns an, besuchen Sie uns auf unserer Website. Ich freue mich auf Sie. Ihr René Reiter, Reiter und Schweiger.